Musik Jetzt sind wir gleich in der Startlinie, jetzt geht's gleich los. Ja, ich bin dran. Und Druck aus den Beinen. Und auf geht's. Und Schub. Und Schub. Und Schub. Und wir sind im Rennen. Und auf geht's. Und Schub. Und Schub. Verschlagzeit von 31. Und die halten wir jetzt. Und Schub. Und Schub. Und wieder ruhig auf der Rolle. Kontrolliert das. Jawohl. Der Achter kommt immer näher. Und auf geht's. Und den Druck aus den Beinen. Und gemeinsam. Zieht wieder schön die Riemen ran. Jawohl. Und dem Vordermann wieder die Arbeit ein bisschen ab. Auf geht's. Es schafft ihr. Kommt. Und Schub. Und wir fahren den ersten Zehner in 3, 2, 1. Nicht mit der Schlagzeit hoch, sondern über den Druck. Und ab. Und Schub. Und Schub. Und auf geht's. Schön den Druck aus den Beinen bringen. Jawohl. Das macht ihr gut. Und auf geht's. Das schafft ihr. Und 6. Und auf geht's. Den Druck aus den Beinen bringen. Aber nicht hektisch werden. Schön ruhig bleiben auf der Rolle. Jawohl. Und 3. 1. Und 2. Und 1. Und Schub. Die ersten 10 Minuten haben wir hinter uns. Und den Druck aus den Beinen bringen. Jawohl. Und auf geht's Männer. Kommt. Und Schub. Und ganz heftig zieht auf Backboden. Auf geht's. Kommt. Das schafft ihr. Jawohl. Das macht ihr gut. Jawohl. Das schaffen wir. Jawohl. Und auf geht's. Und Schub. Und Schub. Und Schub. Hier kommt der Wind und treibt uns ab. Und Schub. Und auf geht's. Und schön oben bleiben mit der Schlagzeit. Jawohl. Das macht ihr gut. So. Jetzt sind wir unter der Brücke. Und auf geht's. Und Schub. Und Schub. Und Schub. Und schön den Druck aus den Beinen bringen. Jawohl. Stellt das Boot. Das macht ihr gut. Jawohl. Wir haben jetzt die Hälfte hinter uns. Das schaffen wir. Und wieder schön den Druck aus den Beinen. Wir kommen den Waldshutern immer näher. Immer näher. Und wieder schön den Druck aus den Beinen bringen. Jawohl. Und Schub. Und Schub. Und Schub. Und Schub. Und keine Bootslänge mehr. Das ist Waldshut. Und Schub. Und auf geht's. Kommt. Die Waldshutern haben wir gleich. Und Schub. Und Schub. Und Schub. Und Schub. Und Schub. Und der nächste Zehner in. Drei. Zwei. Eins. Und Schub. Und Zehn. Und Neun. Den Druck aus den Beinen bringen. Jawohl. Kommt. Die kriegen wir. Und auf geht's. Jawohl. Sechs. Fünf. Schlagzeit von 31. Sehr gut. Zwei behalten. Vier. Drei. Und abstoßen vom Schlemmbrett. Auf. Das schafft ihr. Jawohl. Sehr gut. Die haben wir. Gut gemacht, Männer. Und Schub. Und Schub. Und da vorne kommt schon der nächste Achter. Den greifen wir an. Jawohl. Sehr gut. Und Schub. Und Schub. Und Schub. Und wieder schön kontrolliert auf der Rolle bleiben. Zieht euch mit den Zehen zum Stemperl hin. Jawohl. Das macht ihr gut. Und Schub. Da vorne sind die nächsten beiden Achter. Die kriegen wir. Kommt. Aufwitz, Männer. Und Schub. 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 Jawohl. Das macht ihr gut. Und den Druck aus den Ballen bringen. Und wieder aufs gemeinsame Setzen achten. Kontrolliert über die Rolle bleiben. Und wieder die Riemen ranziehen. Und das Boot beschleunigen. Jawohl. Das macht ihr gut. Und Schub. Und Schub. Wir kommen jetzt auf die Edelbahn. Und Schub. Und Schub. Da sind die nächsten Achter. Die kriegen wir. Und den Druck aus den Ballen bringen. Jawohl. Das macht ihr gut. Wir sind in der letzten scharfen Kurve. Und Schub. Und konzentriert bleiben. Jawohl. Und den Druck aus den Ballen bringen. Jawohl. Das macht ihr gut. Und Schub. Und Schub. Wir kommen dem nächsten Achter immer näher. Und das macht ihr richtig gut. Und Schub. Und Schub. Jetzt kommt die schwerste Kurve von allen. Aber die schaffen wir mit links. Und Schub. Und Schub. Jawohl. Das macht ihr gut. Und Schub. Da ist der Achter mit den jungen Leuten. Den kriegen wir. Jawohl. Die wollt ihr abhängen. Und den Druck aus den Ballen bringen. Jawohl. Das macht ihr gut. Und wieder schön gemeinsam setzen. Jawohl. Wir haben wir gleich. Auf geht's. Kommt Männer. Das schafft ihr. Und wieder den Druck aus den Ballen bringen. Mit der Schlagzahl sind wir bei 31. Das schafft ihr. Das macht ihr gut. Den Blick im Boot behalten. Jawohl. Das macht ihr gut. Und Schub. Und Schub. Und Schub. Und Schub. Und Schub. Und Schub. Und auf geht's. Den Druck aus den Ballen bringen. Jawohl. Das macht ihr gut. Den haben wir gleich, den Achter. Und dann sind wir sogar schon beim nächsten Achter. Und auf geht's Männer. Das schafft ihr. Und den Schub aus den Ballen bringen. Jawohl. Und den nächsten Zehner in 3. 2. 1. Und Druck in 10. 9. Und dann kommt der nächste Achter. 8. 7. Und den Druck aus den Ballen bringen. Jawohl. Und 5. Und 4. Und 3. Jawohl. Und schön den Schub aus den Ballen bringen. Kommt. Den kriegen wir doch. Den Achter. Auf geht's. Jetzt alles, was ihr habt, ist nicht mehr weit. Wir haben noch ungefähr ein Drittel der Strecke. Zwei Drittel haben wir. Das habt ihr richtig gut gemacht. Bis jetzt seid ihr auch noch nicht geschoben. Das schafft ihr jetzt noch. Und den Schub aus den Ballen bringen. Auf geht's. Kommt. Jawohl. Das macht ihr gut. Jeder gemeinsam sitzen. Kommt. Auf geht's. Den Achter wollen wir kriegen. Und schön den Schub aus den Ballen. Jawohl. Und Druck. Die Fahrer ziehen dann langsam davon. Und auf geht's. Jawohl. Das macht ihr gut. Und den Druck aus den Ballen bringen. Und wieder die Riemen schön ranziehen. Bleibt auf der Rolle kontrolliert. Jawohl. Und die Riemen ranziehen und das Boot beschleunigen. Und auf geht's. Das schafft ihr. Und den Druck aus den Ballen bringen. Nehmt dem Vordermann die Arbeit ab. Auf geht's. Das schafft ihr. Jawohl. Und da hinten ist sogar schon der nächste Achter. Auf geht's. Die haben ja gekriegt. Jawohl. Das habt ihr super gemacht. Und auf geht's. Aber jetzt nicht aufgeben. Den Druck beibehalten. Jawohl. Das macht ihr gut. Und Schub. Und Schub. Und Schub. Auf der Steuerbordseite ist der nächste Achter von uns. Den kriegen wir. Jawohl. Das macht ihr gut. 28 Minuten haben wir hinter uns. Jawohl. Jetzt kommt. Auf geht's. Geht alles, was ihr habt. Es ist nicht mehr weit bis Eglisau. Auf geht's. Und den Druck aus den Ballen bringen. Da ist der nächste Achter. Da ist keine Bootsländer mehr von uns entfernt. Und auf geht's. Und den Schub aus den Ballen bringen. Kontrolliert bleiben. Kontrolliert euch auf der Rolle. Mit den Füßen ranziehen. Jawohl. Auf geht's. Das schafft ihr. 4, 2, 1, und 10, 9, 8. Und der Schub aus den Ballen bleibt jetzt so lang dran, bis ihr die habt. Und das schafft ihr. Das weiß ich. Strengt euch an. Wenn sich jeder reinschlägt, dann schaffen wir das. Und auf geht's. Und Schub. Und Schub. Und den Druck beibehalten. Und Schub. Und Schub. Und Schub. Auf geht's. Wir sind in der Mitte. Wir schaffen das. Ihr müsst den Druck aus den Ballen bringen. Und die Riemen wieder schön ranziehen. Jawohl. Und kontrolliert euch auf der Rolle. Das macht ihr sehr gut. Ja, schön. Und dann wieder ein bisschen kontrollieren auf der Rolle. Und ein bisschen ruhiger werden. Zieht euch mit den Füßen ran. Jawohl. Und den Druck aus den Ballen bringen. Den ersten Achter haben wir. Auf geht's. Da ist noch einer, der sich mühlich mit uns anlegen. Zeigt denen, was wir drauf haben. Jawohl. Und den Druck aus den Ballen. Auf geht's. Das schafft ihr. Jawohl. Kommt. Auf geht's. Und Schub. Und Schub. Und Schub. Ich kann den Gliese auch schon sehen. Und Schub. Und Schub. Männer. Wir haben es nicht mehr weit. Die letzten anderthalb Kilometer noch vor uns. Und Schub. Und jetzt kommt alles raus, was ihr noch habt. Das schafft ihr. Und den Druck aus den Ballen. Jawohl. Auf geht's. Den Achter haben wir auch gleich. Und Schub. Das sind die, die uns vorhin fast umgemäht haben. Den wollt ihr es doch zeigen, oder? Und Schub. Und Schub. Und Schub. Und den Druck aus den Ballen bringen. Jawohl. Und noch einmal zulegen mit dem Druck in drei, zwei, eins, und zehn, neun. Bringt den Druck aus den Ballen und alles raus, was ihr habt mit den Riemen schön an den Oberkörper reinziehen. Jawohl. Kontrolliert euch auf der Rolle. Jawohl. Das macht ihr gut, Männer. Kommt. Auf geht's. In Achter haben wir. Jawohl. Das macht ihr gut. Und Schub. Und Schub. Und Schub. Kommt. Auf geht's, Männer. Es ist nicht mehr weit. Das haben wir bald geschafft. Haut alles raus, was ihr habt. Jawohl. Ich weiß, dass es anstrengend ist, aber so soll es auch sein. Und Schub. Und kontrolliert euch wieder auf der Rolle. Nicht das Boot dadurch abstoppen. Jawohl. Das macht ihr gut. Zieht euch mit den Füßen ran. Und Schub. Und auf geht's. Den Achter wollen wir halten. Jawohl. Das macht ihr gut. Der nächste Achter ist auch schon in Sicht. Auf geht's, Männer. Das schafft ihr. Und den Druck aus den Beinen bringen. Jawohl. Das macht ihr richtig gut. Und Schub. Und Schub. Und Schub. Und Schub. Und Schub. Und auf geht's. Wir sind auf den letzten 100 Metern. Jetzt noch mal alles rausballern, was ihr habt. Jawohl. Jawohl. Kommt. Auf geht's. Es schafft ihr. Alles Wut, was ihr habt auf die Strecke. Es schafft ihr raus. Und auf geht's. Jetzt nicht mehr lachen. Konzentrieren. Und Schub. Und Schub. Auf geht's, Männer. Es ist nicht mehr weit. Es schafft ihr. Und Schub. Und Schub. Und Schub. Auf geht's, Männer. Wir sind gleich da. Auf geht's. Kommt. Und Schub. Und Schub. All den Druck, was ihr habt. Raus. Jawohl. Kommt. Auf geht's. Wir sind gleich da. Zähne zusammenbeißen. Und Schub. Und Schub. Und Schub. Auf geht's, Männer. Streckt euch an. Jawohl. Das macht ihr gut. Wir sind gleich da. Auf geht's. Und Schub. Und Schub. Und die letzten drei Schläge. Auf geht's. Und drei. Und zwei. Und eins. Sehr gut. Locker weiter rudern. Respekt. Habt ihr gut gemacht. Alles gut. Habt ihr sehr gut gemacht. Ihr habt alles draufgekommen, was ihr konntet. Und dann auch. Und Deine. In der nächste Zeit. Und Schub.